Hallo, es geht, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Ich streame heute ab 14 Uhr, weil heute Abend meine Geburtsfestfahrt hier ist mit Mo zusammen. Deshalb streame ich von 14 bis 16 Uhr, wenn ich dann zusammen. Danach kommt Tri-Max, wenn ihr euch streamt auf seinem Kanal weiter, aber das interessiert euch nicht. Und ich muss mich jetzt hier noch um jemanden kümmern. Also sehen wir uns 14 Uhr im Livestream. Bis gleich, viel Spaß beim Video. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Die Gratin-Craft-Effekt, meine Freunde. Ganz ehrlich, Mann, man kann sagen, was man will. Insane, oder? Solid. Also wenn man sich vorstellt, Leute, dass wir dieses Haus, ja, so schnell, so schnell gemacht haben, Alter. Ich bin mit dem, mit dem Dach noch nicht so 100% zufrieden, so. Das Cobblestone-Dach. Aber Leute, Patton hat jetzt einfach ein eigenes Haus, Mann. Guckt mal, Leute. Schaut mal. Ey, das ist doch insane, oder? Dass Patton so ein eigenes Haus jetzt hat, Mann. Und das haben wir innerhalb von zwei Stunden gebaut. Holy ****, ich find's richtig, richtig nice. Rotpilz hier und der Ehrenbruder nochmal ein Kistenlager hingemacht, Alter. Sehr, 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 sehr stark, Mann. Ja, Mann, ich find's geil, dass wir es geschafft haben, einfach dieses Haus hier zu bauen. Wann soll ich sagen? Das ist schon, äh... Bin ich 1000%ig zufrieden mit dem Haus? Ich hätt gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber dafür, dass wir innerhalb der kurzen Zeit gemacht haben, so dope, Alter. So dope, wirklich. Gerade, also, die, 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 die Basis hier unten. All in all, bin ich mega happy damit, wirklich. Oh, oh. Upsi, das war knapp vorm Gehege. Ich wollte grad Discord öffnen. Ich habe übrigens das Haus an, äh, Patrick in deinem Auftrag übergeben. Hat er sich gefreut? Patrick kam auf den Server und hat erst gesagt, so, Junge, ihr braucht gar nicht denken, mit Friedensgeschenken besänftigt ihr mich oder so. Er hat gesagt, er wird alles sprengen und so, er wird nicht aufhören. Dann hab ich gesagt, Patrick, ich hab gesagt, warte einfach jetzt erstmal ab und guck dir erstmal an, was wir für dich haben, ja. Mhm. Und dann hab ich das Patrick gezeigt und ich glaube, der Boy, der ist, äh, ja, sehr begeistert. Meinst du, wir haben Frieden mittlerweile? Ja, also er hatte gesagt, er sagte, ähm, dass das Geschenk auf jeden Fall, äh, ja, einiges Wett macht. Glaub, heute grind ich die Kathedrale durch und werde Reef den Heiratantrag maybe machen, Leute, was sagt ihr? Ja, wir ziehen um. Wie, ihr zieht um? Ja, wir haben keinen Bock mehr. Wir haben hier richtig Theater die ganze Zeit wegen unserem Grundstück und alles. Und deswegen hab ich jetzt gesagt, ich hab keinen Bock mehr, ich zieh weg. Wohin? Ja, keine Ahnung, einfach weg von dieser Stadt hier. Nein, Bro, nicht weg. Du wirst auch gleich sehen, wenn du bei uns reinkommst, wir haben unten die Höhle, haben wir alles zugemacht. Hä? Wir haben alles schon zugemacht. Halt's Maul nicht wirklich. Ja, geh bei uns ins Haus, du wirst es sehen. Bist du? Ich hab die Höhle zugemacht. Es ist nur noch unser Lager da. Hey, hier sind so, hier sind so. Hey, hey. Du verachtest mich, Bro, hier ist eine Pistentür. Hier ist eine Pistentür. Ich hab grad den Boden abgebaut, da waren's dicke Pistens, das ist jetzt mit einer Treppe nach unten hier irgendwie. Wo ist der geheime Eingang? Wo ist der Knopf? Lull. Geiles Ding, Mann. Geil. Oh mein Gott, Digga, ich dachte grad schon, Alter, wenn du gehst, Kevin, ich wäre mit dir umgezogen. Wieso soll ich in Nether gehen? Hä? Lull. Was ist hier im Nether passiert, Kevin? Wer war das? Der wurde, glaub ich, umgebaut von Carscraft und so. Ist gut umgebaut. Ja, ist funny. Also ist nicht schlecht so. Nee, Romatra hat den umgebaut. Echt jetzt? Ja, ja, Romatra hat. Der hat da richtig viel gemacht. Der ist gestern komplett eskaliert. Crazy, nice aber. Der meinte, der ist in so einem Baurausch und der muss alles umbauen. Actually ganz geil, ne? Der meinte so, nachdem der den Fortnite da eh schon so abgeräumt hat, war der so richtig in seinem Film, in seinem Flow drin und hat gesagt, der könnte jetzt alles, er könnte Berge versetzen. Und dann hat er gesagt, der wird jetzt den Nether überarbeiten. Sieht aber dope aus. Hat er wirklich gut gemacht, Mann. Ja, muss ich ihm einfach mal sagen. Nee. Lull. Hey. Was machst du hier draußen? Was machst du? Nein, ey. Nein. Böse. Nein, ey. Komm zurück. Warum ist denn der frei? Hä? Oh mein Gott, Akani. Komm mal zurück. Leute, sollen wir Akani heute mal ein richtig geiles Zimmer bauen? Komm, kleiner Mann. Wir bauen dir heute ein geiles Gehege. Holy shit, Alter. Ich hole, wenn der weg ist, nicht nochmal neun. Das mache ich nicht mehr. Können einen nicht hier. Lass mal hier alles aufmachen, Leute. Wir machen hier so einen richtig fetten Raum für ihn. Akani kriegt das Baba-Gehege des Todes, Mann. Bro, real talk. Ich glaube, ich lass Akani und Kendrick de Lama zusammen in dein Gehege, Alter. Sagst du, die verstehen sich auf jeden Fall gut, die beiden. Ja, Bro, das sind Homies, Alter. What the f***. Guck mal, Leute. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Gehege, oder? Guck mal hier, Leute. Haben die hier so eine kleine eigene Höhle, Mann. Heute ist komplett der Ehrenabend, Leute. Also heute ist Ehrenabend wirklich nicht nur Name, sondern auch das Programm. Leute, hier. Das ist für euch der Song. Stream-Elements musst du nutzen. Das ist wirklich gut. So, Leute. Das wird auf jeden Fall hier eine richtig geile Höhle, Alter. Das wird eine richtig schöne Gehegehöhle für Akani, Alter. Facecam hoch. Lol. Ich Idiot. Danke, Leute. Mega-Streamer wieder. Ich bin's, der Profi. Ey, was hast du in deinem Mund? Spuck das aus. Ein Stein. Kleiner Süßi, Alter. Der hat einen Stein im Mund. Wie hat er denn einen Stein im Mund oder in Wirklichkeit? In Wirklichkeit. Aber ich sag einfach... Steine im Mund. So einen kleinen, oder was? Ne, ne. So einen großen, so einen Ziegelstein. Oh, den wollt ihr dir einfach so auf die Füße legen, oder? Ne, der wollt den über den Kopf ziehen, Alter. So, Chad hat sich beruhigt mit Zaps giften. Das ist sehr nett gewesen von euch, Digga. Ich bedanke mich für insgesamt 200 Zaps innerhalb von circa einer Stunde und zehn Minuten. Das ist sehr stark. Auf die nächsten paar Stunden, würde ich sagen, an der Stelle, ne? Ich hab saubock, ne Yacht zu bauen, Leute. Was sagt ihr dazu? Ne Yacht? Ja, Mann. So eine richtig fette Mega-Yacht zu bauen, einfach. Warum willst du eine Yacht bauen? Ich würde einfach unten gerne eine Yacht haben, Alter. Wir bauen eine richtig geile Yacht mit Antrieb, auch die fahren kann. So viel JoCraft irgendwas baut, wo man damit rumfahren kann. JoCraft hat einen Rauchzeichen-Generator. Echt? Da kannst du Rauchzeichen mitmachen, ja. So, hier ein bisschen Bambutz hin, Alter. Akani wird das Lama umbringen, meint ihr? Ach, Quatsch, nein. Das macht der nicht. Von diesen Büchen stirbt Akani doch nicht, Leute. Der stirbt doch nicht von diesen Bärenbüchen, oder? Die Bären machen den Tieren Schaden. Kriegen Füchse von den Bären Schaden? Nein, die laufen da durch. Wirklich jetzt? Ja. Das Lama kriegt aber Schaden von den Bärenbüchen. Ja? Hm. Guter Hinweis, Chad. Dann bleibt das Lama einfach im Boot sitzen. Fertig. Einfacher Hase. So, Akani, mein Teuerster. Dann komm mal her. Komm. So, Akani, willkommen in deinem neuen Gehege, mein Homeboy. Erlasse es dir gut gehen. Sehr geil. Alter, Leute, schaut mal. Kevin, guck mal, Junge. Oh, oh. Das war dumm. Artgerechter Alter, sein Vater, Leute. Also, Real Talk. Er sieht doch ultra geil aus, Leute. Schaut mal. Also, den beiden geht es jetzt hier richtig gut. Viel, viel besser als vorher, oder? 13.000 Zuschauer. Auf Ehre, Leute. Und das bei einem ganzen spannenden Stream, Mann. Ich fühle es sehr. Ich fühle diese spannenden Streams auch sehr, muss ich sagen. Das ist extrem schön. Einfach mal ein bisschen bauen zu können, Alter. Und trotzdem schauen einem so viele Leute zu, Alter. Leute, live in the Twitch stream right now. Live in the Twitch stream. Doing what I love and people loving what love love. Ich habe wieder einen Schlaganfall. Ich muss zum Arzt. You know, you get what I say, right? Ne. Yes. Oh, look at this. Look at this beautiful, beautiful, beautiful arrangement of glass. And very nice, very nice. Cool. I really like living in this house. I would love to live in this house in real life. But it's only Minecraft that makes me very sad. Warst du schon mal traurig, Kevin, dass du dein Minecraft-Haus nicht wirklich lebst? Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt gerade ganz traurig. Warum? Einfach nur so. Irgendwas? Ich bin einfach nur so traurig. Ich kenne das. Wer würde in einer... Lasst das Fenster, Leute. Wer würde in einer Höhle wie dieser gerne mal seinen Fuchs streicheln? Ich würde hier auch runtergehen, meinen Fuchs streicheln, Alter. Ich finde es sehr schön hier. So, dieses Schiff hier, da muss ich mich auch nochmal drum kümmern, Alter. Ich baue doch nur ein Schiff. Guck mal, der ist auch voll glücklich. Der steht die ganze Zeit nur auf einer Stelle. Oh, guck mal. Oh, Mann, ist der süß. Der schielt ein bisschen wie mein echter Hund. Sehr schön, Alter. Ihr habt den, glaube ich, kaputt gemacht, den Hund. Kevin, wusstest du das, wenn man dem Hund die Luft abschnürt, dass der stirbt? Kevin, warum geht es eigentlich mal? Solche, solche komischen Dinge. Nee, wusst du das? Nee, wusste ich nicht. Aber hier fehlt noch Granit in deinem Haus. Nein, fehlt nicht. Stopp. Granitverbot, hey. Granitverbot. Granit ist schön. Hey, du hast meinen Bambus kaputt gemacht. Jetzt zünd ich mich selber an. Den hast du abgebaut. Ich zünd mich selber an. Oh, ich habe noch die da in der Pigman-Farm benutzt. Oh, gruseliges Geräusch. Alter, wie laut ist diese Mob-Farm? Was ist das? Wie funktioniert diese Mob-Farm? Was muss man dafür machen? Wieso ist die denn laut? Alter, das ist ultra laut. Das ist mal laut. Warte, ich komme mal hin. Dann zeig mir mal. Jetzt geht's. Revi, wenn ich jetzt zu dieser Mob-Farm komme, ne? Und irgendwas kaputt ist, ne? Irgendetwas. Ist nicht. Oh mein Gott, ich habe alles kaputt gemacht. Ich werde mir das jetzt angucken, Revi. Weil, selbst wenn du das jetzt versuchst, als Spaß zu sagen. Das Ding ist, wenn du die benutzt hast, dann bin ich mir sehr sicher, dass da was kaputt ist danach. Weil du bist das Chaos in Person, wenn du irgendwo hingehst und dich nicht damit auskennst. Ja? Warum sterben die denn hier? Ja, wegen Minecrafts. Was? Hä? Ich verstehe das nicht. Was hast du gesagt, Revi? Ich kann dich nicht verstehen, Revi. Ich kann... Ich spreche auch Deutsch. Okay, das ist ja mal ultra OP, diese Farben. Oh mein Gott, ich glaube, das ist die stärkste... Das ist die stärkste Farben der Welt. So was können Spark auf jeden Fall niemals. Ach, die kann man gar nicht reparieren, die Pegas, weil da kein Mending drauf ist, Kevin. Ich denke gerade so, warum passiert denn da nichts? Und dann war da kein Mending drauf. Boah, mir gefällt so, wie perfide diese Farben ist, wie eklig die ist, wie die einfach zermatscht hier werden und nichts dafür können. Ganz ruhig, Revi, ganz ruhig. Kerle, Alter, ich hasse die so, ey. Wird ja alles hier zu automatischem Geld gemacht, nicht? Boah. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Ist eine starke Aussage, wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Und genau das sind Dinge, wofür mich Leute feiern. Willkommen zurück in der Hölle. Mein Name ist übrigens Silke Tatsch. Ich fass, ich fass gerne Leute. Ich fass gerne angetatscht, ne? Ja, genau. Ich bin Silke Tatsch. Warum? Ich fass gerne Leute an. Ich fass gerne Leute an. Kannst du eine automatische Diamantenfarm bauen, Kevin? Ich könnte einen Duplizierer bauen, aber das darf ich nicht. Wer sagt das? Ich hab schon die Polizei gefragt. Early Boy meinte das, du hörst mir nicht das zu. Aber er hat einen TNT-Duplikator, hat auch Dingens. Ja, ich könnte auch einen Diamond-Duplikator bauen, aber darf ich nicht, wie gesagt. Wie geht das? Ich guck mal. Mir hat das ja nicht verboten. Ich fass mir zu aufwendig, Kevin, mit dem Duplikator, Alter. Warum denn? Nee, ist auch verboten, oder? Warum willst du denn einen Diamond-Duplikator? Das ist nur ein guter Titel, ne? Okay, was ist denn ein Non-Stackable-Item? Ja, einfach Dier-Rüstung oder so kannst du doch duplizieren dann. Wenn wir den Bug von den Villagern ausnutzen können, wo wir mit unendlich Emeralds kriegen, können wir ja auch unendlich Diamond-Rüstung und so traden. Ja, ich baue das jetzt einfach mal nach, Leute, ganz ehrlich. Weißt du was? Aber wenn der dupliziert, dann dupliziert der das doch mit den Verzauberungen, das Item, oder? Ja, ja. Ja, überleg mal, kannst du OP-Rüstung duplizieren einfach? Easy. Piece of Redstone, Dust Behind. End, okay, I make. Lass mir die Wand noch ein bisschen dafür abbauen. So. Ich habe gar kein Gehirn, irgendwie. Schau, bei Capri. Comparator. Äh, Leute, wir glitchen uns jetzt Items einfach. Das ist, äh, so. Das sieht doch jetzt aus wie in einem Video, oder? Ja, genau. So, jetzt versuchen wir das doch einfach mal. Ah, nee, das muss ja, da muss Glas vor. Da muss Glas vor, okay. Das fällt ja in den Hopper rein. So, warte. Man muss es, glaube ich, richtig timen. Aber es dürfen nicht zu viele. Und was machst du, wenn deine Dupliziermaschine funktioniert, aber du, äh, Earlyboy, die wieder abreißt, weil der sagt, darfst du nicht nutzen? Dann werde ich das Projekt einfach quitten, oder? Gut, ich habe jetzt gerade mein Glas nur dupliziert. Ich habe jetzt ein Glas mehr bekommen. Ähm. Da, hat geklappt. Da hat es gerade geklappt. Konntest du duplizieren? Ja. Was hast du dupliziert? Ich habe gerade einen Toten dupliziert, das hat aber nicht... Warte. Ich habe mein Glas auf jeden Fall schon dupliziert jetzt, aber... Okay, das ist so entbuggy. Ich weiß nicht, ob das auf dem Server funktioniert. Ich hatte, ich hatte eben zwei Stücke im Inventar. Da. Zwei Totems? Ja. Das ist wieder weggeglitscht. Ihr seht, Leute, es funktioniert. Komm mal, komm mal, ganz, ganz her. Es buggt so sehr, Leute. Wir können ja auch einfach gucken, duplizier Bug. Man muss halt dann droppen, irgendwie. Ich hatte es hier gerade schon die ganze Zeit. Mann, Alter! Ha, das funktioniert nicht. Hm. Das Impfoffen lassen, wenn die droppen. Die verschwinden immer nur. Da war es gerade. Scheiße, Mann. Ihr seht es ja, Leute. Ich weiß, warum das nicht geht, weil Early Boy hat One-Tick-Farm deaktiviert. Echt jetzt? Ja. Ich habe jetzt gerade... Ja, theoretisch, also, komm mal, mein ganzer Inventar füllt sich halt gerade mit Totems. Ich habe eins, zwei, drei Totems. Aber die morphen sich damit zusammen zu einem. Und wie nimmst du die immer raus, die Totems? Ich habe ja schon zwei Stücke im Inventar jetzt hier. Nee, geht nicht. Funktioniert nicht. Ich habe jetzt das Inventar. Okay, maybe musst du erst das erste Totem droppen, das Originale quasi. Das ist das Originale. Warte, Kevin. Lass mal liegen. Nee, geht nicht. Ach, Scheiße, Alter. Nein, mit Q. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe zwei Totems. Ich habe zwei Totems. Du willst einfach weiter. Mach ganz viele davon. Nee, 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 ich versuche das jetzt mit meinem Schwert. Warte. Mit der Offhand, Leute. Mit der Offhand. Ich bin dein Gott. Ja, Leute, wir testen hier gerade nur ein bisschen rum. Wir testen hier gerade nur rum. Aber es ist trotzdem insane. Okay, ich muss kurz mein Inventar so. Und so muss ich es haben. So, das heißt, die beiden Slots müssen frei sein. Komm, schau, gib mir das andere Schwert. Und jetzt das hier in die Offhand. Zack, zwei Schwerter. Kevin. Ja. Ah, okay, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich hätte, okay, warte, warte, warte. Ich muss dann droppen, ich muss dann droppen. Warte. Ich habe es aber gar nicht wieder geschafft mit den Schwertern. Kevin, du kleiner B***er. Du bist so ein Arsch, Alter. Was denn? Nein, du bist so ein B***er. Du hast es da reingetan in die Sch***. Oh Mann, Alter. Ich dachte gerade schon. Was denn? Du hast das Totende reingetan. Ich habe nichts reingetan. Du hast das Totende reingedroft, du Penner. Ich habe nichts reingetan, Junge. Ich habe nichts. Mann, Alter. Ich habe mich gerade so gefeiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Du Penner, ich sehe gerade den Clip. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Wie, du hast dupliziert? Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Mit der Offhand, Digga. Mit der Offhand. Mann, Alter. Warum, Kevin? Warum? Ich wollte einfach nur einen Augenblick der Freude schicken. Oh Mann, du B***er. Okay. Okay, das funktioniert also scheinbar nicht. Ja, okay. Das ist das, was wir gerade hatten. Das geht nicht, weil Anybody diese One-Tick-Farm ausgemacht hat. Okay, also wir können es doch nicht machen. Leider, weil One-Tick-Farmen aus sind. Alter, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon, wir wären komplett OP. Mann, Alter. Chat, ich war gerade so happy. Alter, ich war gerade so happy. Will talk. Will talk, Alter. Will talk, Alter. Ey, jetzt mal real talk. Hast du das echt gerade gedacht, dass du es geschafft hast? Natürlich, Alter. Ey, Rumatra. Revy hat eine Möglichkeit gefunden, wie du duplizieren kannst mit Totems. Echt jetzt? Lass es von Revy zeigen. Ohne Witz Totems, Revy, oder? So, legst du unten in den Dropper rein? Jetzt unten in den Dropper. Genau. Guck mal, jetzt wird es die ganze Zeit hin und her teleportiert. Siehst du das? Ja, ja. So, und jetzt leicht, wenn du das rausnimmst, Alter, wenn du es rausnimmst, musst du hingehen und es wird gleich ein zweites erscheinen. Das musst du in die Offhand nehmen. Dann hast du es quasi dupliziert, weißt du? Hast du es mit Shift rausgeholt? Das ist ein Bug. Hast du es? Ich habe es tatsächlich nicht mehr in meinem Inventar. Okay, jetzt zieh es raus. Zieh es raus, zieh es raus. Ja, ich habe es. Okay, da ist noch ein zweites drin. Siehst du das? In die Offhand damit, in die Offhand damit. Hol das zweite raus, hol das zweite raus. Ich sehe es auch, ich sehe es auch. Hol es raus. Bist du behindert? Ja, ich habe es heute schon rausgenommen. Nein, es ist noch drin. Dann ist ein drittes noch. Hä? What the heck? Wie viele Totems hast du jetzt? Loh, wir haben einen Dribblizierer. Ein Dribblizierer? Ich habe jetzt vier Totems, tatsächlich. Hä? What? Wir haben einen Dribblizierer. Gib mal eins ab, bitte. Ja, ich habe jetzt, warte, ich troppe die mal. Ja, Bruder, schmeiß eins ab. Eins, zwei, drei, vier. Hey, Loli, das sind ja keine Ghost-Items. Ja, danke schön. Und ihr habt das sicher nicht einfach nur in den Dropper reingelegt, einer von euch, der jetzt ein paar mehr im Inventar hatte. Also, wir haben einen, ich habe einen, wir haben einen Dings, einen Totem hier. Okay, warte, du mal, mach du noch mal. Nimm mal einen Totem rein und dann nimm mal noch ein zweites raus, okay? Machst du? Warte, ja, warte, warte, warte. Nimmst du es raus? Ja, Junge, Mann, dieses ist halt so. Hast du es? Ne, ich habe es gar nicht. Jetzt hat es irgendwer anders rausgenommen. Warum ist da jetzt Kohle drin? Warum ist da Kohle drin? Das ist zu Kohle geworden. What the f***? Rumatra, halt's Maul, Alter. Dummer Affe. Hä, doch, im Ernst, es ist zu Kohle geworden. Safe hat Rumatra das ausgetauscht. Ja, okay, es funktioniert nicht, Alter. Nö. Ja, doch, hat doch geklappt. Lass du bitte auf. Also, es gibt eine Möglichkeit, Items zu duplizieren noch. Und die funktioniert? Ja, müsste. Okay, lass mal ausprobieren. Lass ausprobieren, Spark. Mit den Kisten, das mit dem Hin- und Herschieben, mit den Pistons. Du müsstest ein Endport, oder zwei Endportal-Rahmen entfernen. Dann brauchst du einen Esel, der noch ein halbes Herz hat. Was? Hier läuft überall Wasser bei dir am Berg runter. Was ist das denn, Revi? Und dann, Spark? Wo ist denn, geht das? Dann musst du den Esel mit einer Kiste, also du kannst ja so eine Kiste besatteln, den Esel. Und dann musst du den ins Endportal reinschwemmen, sodass dir auch noch mit dem Kopf Lava berührt und der durch das Endportal geportet wird. Und wenn du dann ins End gehst, dann findest du auf der Rück, wo du rauskommst im End, die Items einmal alle liegen und der Esel ist nochmals da. Dann kannst du die Items aus dem Esel-Inventar wieder rausnehmen. Alter, voll OP, das heißt, man kann Esel duplizieren. Nein, du kannst ein ganzes Kisten-Inventar, eine ganze Kiste voll duplizieren, sozusagen. Aber auch den Esel. Ja, den Esel, nee, den Esel nicht. Der eine Esel ist ja tot, du kriegst, also der kommt auf der anderen Seite einmal lebend raus und einmal tot. Alter, das ist ja voll gemein. Das ist ja voll brutal, what the f***. Genau, Leute, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Aber wir sehen uns morgen Nachmittag, ganz wichtig. Ich bin morgen Nachmittag gegen 14 Uhr online bis 16, 17 Uhr oder so. Dann kommt Trimax hier und streamt. Dann bin ich meinen Geburtstag vorbereiten, meine Feier. Ja, es gibt verschiedenste geile Sachen. Ja, also die Fenster stehen auch schon mal, Leute. Wir machen jetzt hier vorne das Fenster mit den ganzen Resten hier. Das sollte doch hinkommen. Da können wir ein schönes Muster machen mit dem Lilla. Lilla oder Lila, wie sagt ihr es? Schreibt es mir in den Chat. Leute, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kriege wirklich gerade eine Behinderung. Ich muss Minecraft-Turette. Alter, was mache ich denn hier? Soll ich mich eigentlich... Chat, es ist, glaube ich, an der Zeit, dass ich wirklich aufhöre. Wir sehen uns morgen, meine Freunde. Macht's gut, haut da rein. Bis denn. Tschüss, Leute. Morgen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Na, ich bin nicht. Tschüss. 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 Musik. Musik. Bis zum nächsten Mal.